Verwandle Lobotomie in Kunstgriffe, indem ich Krokodile und Hund fütre Ohne Mimik bis auf leichtes nach oben ziehen der Mundwinkel Mach Hummus voller Häme zu Hummus mit einem Hammer Bist du Hummus, bist du Posthummus, würd'n wie aufgewachsen ohne einen Vater Er steht in einem Schaukasten und Leichenstarre in einem Museum für die heutige Fortpflanzung von Leandertalern Es ist normal, dass du in Panik gerätst, wenn ich dir zugegebenermaßen weichen Züge deines blassen Gesichts in die schrankenweise und zu einer Grimasse entgleifen lasse Sodass du durch das Zeug, das du puffst, nur noch Bahnhof verstehst Auf die Art, wie du deine Arme bewegst, könnte man meinen, dass du unter jedem Arm je zwei Damenhandtaschen trägst Deine Überlegung, um zu betteln, wird unter Regenverhältnissen überdacht wie Cabriolets Geil von der Gaffa stürzen wie ein Gartengerät aufgrund meiner Erscheinung Ich stürze auch, nur in meinem Fall ist diese Beschreibung keine Metaphan Du stirbst durch Lokomotive wie ein Serienfall, gewaltiger, an dem seine Opfer sich rächen Dank meines Fitnessplanes hast du ne wirkungsvolle Diät Weil sich deine Gewichtsabnahme auf Hirnmasse beschränkt Du stirbst durch Lokomotive wie ein Serienfall, gewaltiger, an dem seine Opfer sich rächen Dank meines Fitnessplanes hast du ne wirkungsvolle Diät Weil sich deine Gewichtsabnahme auf Hirnmasse beschränkt Leicht, schicke Bresse, eisige Kälte, weise Temperaturen, denen von einem trockenen Eisblock entsprechen Deine Knochen brechen, wenn dich mit deinem Schwung des Stocks aus Bleigos auf dich wie eine Robbe einkloppe berechnen Auf gegen eins nachts, im Raum wird es alles kalt, die Glieder taupen im Halbschlaf Du wünschst dir eine Crowd, die die Weifalt spendet, wie unsicher verstaute Portmonnaies bei Bungee Jump Das einzige was bei deiner Sound reinhaut ist, sind deine Fresse, dein Plattenboss Ich wünschte Rapper hätten wie ein Amaturenbrett, eine rote Lampe, die anzeigt, wenn sie nicht alle Öffnungen verschlossen haben Deine Innenwelt besteht aus Blockaden wie ein Lego-Laden Rapper verfallen in Schockstarre wie nach dem Kauf von Horrorfilm-Kinokarten Du handelst dein Geschäft per Playback von Georg Friedrich und imaginierst, dass er vor dir sitzt Während du nackt auf dem Klavier legst, deine Vorbereitung aus Betteln wird von wem begleitet wie Heuballen Investor, Luft, die du atmest, ist Heuer wie Keukarpfen besitzen Du stürfst durch Lokomotive wie ein Serienfall, gewaltiger, an dem seine Opfer sich rächen Dank meines Fitnessplanes hast du ne wirkungsvolle Diät, weil sich deine Gewichtsabnahme auf Hirnmasse beschränkt Du stürfst durch Lokomotive wie ein Serienfall, gewaltiger, an dem seine Opfer sich rächen Dank meines Fitnessplanes hast du ne wirkungsvolle Diät, weil sich deine Gewichtsabnahme auf Hirnmasse beschränkt Du stirbst als Lokomotive wie ein Serienvergewaltiger, an dem seine Opfer sich rächen Dank meines Fitnessplanes Das ohne wirkungsvolle Diät, weil sich deine Gewichtsabnahme auf Hörenmasse beschränkt Du stirbst als Lokomotive wie ein Serienvergewaltiger, an dem seine Opfer sich rächen Dank meines Fitnessplanes, das ohne wirkungsvolle Diät, weil sich deine Gewichtsabnahme auf Hörenmasse beschränkt Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.